Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute wieder was von Glibbi und zwar Glibbi Knisti. Das ist wohl ein Pulver, das im Wasser knistert, lässt wasserlustig knistern. Von Simba, geeignet für Kinder ab drei Jahren. Und in der Packung ist dreimal Badespaß. Der lustige Knisterspaß für die Badewanne lässt wasserlustig knistern. Also, als erstes tut man das Knisterpulver langsam in das Wasser. Dann Badespaß für groß und klein und am Ende kann man das Ganze einfach wie gewohnt ablassen. 24 Gramm sind hier enthalten. Hautfreundliche und umweltschonende Inhaltsstoffe. Dann mache ich das mal auf, damit wir uns das auch noch ansehen können. Bin schon gespannt, wie das aussieht. Ob das denn wohl auch eine Farbe hat oder ob das einfach nur durchsichtig ist. Drei so Tüten sind da drin. Und noch eine Anleitung. Knisti. Achso, und da sieht man auch noch, was es sonst so von der Marke Glippi gibt. Wir wollen das natürlich demnächst auch mal ausprobieren. Aber heute wollen wir uns das auch nicht entgehen lassen, mal einmal reinzuschauen, wie das überhaupt so aussieht. Ah, bunt. Bunte kleine Steinchen. Grün sehe ich hier. Rot-Orange, gelb, blau. Ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und ich bin schon gespannt, wie das Ganze dann in Wasser ist und ob das wirklich richtig knistert. Das probieren wir dann beim nächsten Mal aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und vielleicht kennt ihr ja dieses Knisti schon und möchtet dazu was in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr das schon mal ausprobiert und möchtet schreiben, ob es wirklich richtig stark geknistert hat oder vielleicht gar nicht so doll. Gerne einfach alles unten reinschreiben. Und ja, das war es dann auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.